Das ist das große Protokoll, das ist gesammelt ein Bericht, für Tosa, Tiere, Du und Moll, Polemik, Träume, ein Gedicht. Das ist die Zwischenzeit, in Zeitung, hoffen, Symptome, dann die Wende. Die gnadenlose Ableitung der Formel, Anfang, Scheitern, Ende. Schlafen Sie gut, Herr Tucholsky, Ihr Selbstmord war nicht übereilt. Ihr Werk hat zehn Bände, die ließ ich zu Ende. Und bin von jeder Hoffnung geheilt. Ja, schlafen Sie gut, Herr Tucholsky. Zum Ausstieg wär's bald wieder Zeit. Die Welt zu beschreiben, heißt sich zu vertreiben, sie wären sicher bald wieder so weit. Die Militärs sind wieder militärisch, die Uniform lässt Bürger keine sein. Die Herren werden immer frecher herrisch, denn die Genossen stehen in ihren Reihen. Das Kapital hat längst seine Gewerkschaft. Und die Gewerkschaft hat ihr Kapital. Und die Linken kultivieren ihre Sekten. Und die Faschisten stehen im Wartesaal. Ja, schlafen Sie gut, Herr Tucholsky. Und grüßen Sie das Totenreich. Auch wenn wir noch bleiben und singen und schreiben. Es läuft die Geschichte, die man leider sieht, oftmals gleich. Bis zum nächsten Mal.